Gute, ihr lieben MakerLine! Heute kümmern wir uns um den... Mann! Immer genau jetzt! Gute, ihr lieben MakerLine! Ja! Heute kümmern wir uns um... Ja. Sonst noch mehr? Keiner mehr? Okay? Heute kümmern wir uns um den... Ja. 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 Ja! Ja. Ja. Ja, ja! Bis zum nächsten Mal. Gute, ihr lieben Makerline. Ja, so ungefähr läuft es ab, wenn ich dann mal so alle zwei, drei Videos versuche, was zu drehen und gerade im Redefluss bin und dann die Tür klingelt. Dann klingelt es nämlich nicht nur einmal, während ich am Drehen bin, sondern meistens zwei, dreimal, weil dann alle Leute irgendwie zufälligerweise genau an dem Tag zu mir wollen. Das ist super nervig, das ist super eklig, aber man kann es nicht ändern, außer man hat sich so ein Teil hier gedruckt. Und genau aus dem Grund habe ich mir so ein Teil gedruckt. Was habe ich damit gemacht? Ich habe jetzt die günstige Variante gemacht. Ja, die Quick and Dirty Variante, die ich allerdings nicht so schlecht finde. Naja, im Internet habe ich genügend Varianten gefunden. Angefangen von einer, keine Ahnung, 40 Euro teuren irgendwas mit dem Trinket von Art Adafruit bis mit einfach nur LEDs reinpacken. Ja, ganz normale LEDs, die man verlötet mit Kabel und sowas in Richtung, ganz klassisch. Und ich habe mir gedacht, warum soll ich mir so einen Aufwand machen? Ich gehe mir einfach so einen Lichterstreifen in den Baumarkt kaufen, kostet nur ein paar Euro. Da habe ich auch eine schicke Fernbedienung dabei, mit der ich das Ganze bedienen kann. Da kann ich sogar schöne Muster reinpacken oder schöne Patterns reinpacken, damit die durchgehend die Farbe wechseln oder so in Richtung, wenn man das will. Ja, ich habe eine zertifizierte Stromquelle. Ja, muss mir also nicht selbst sowas basteln. Und das Ganze ist relativ schnell und kostengünstig gemacht. Genau, gedruckt habe ich das Ganze mit PLA natürlich. Also jetzt nicht irgendwie jetzt fancy ABS oder PETG oder so in Richtung. Nö, ganz einfach Colorfab PLA in semi-matt Black. Also so ein matte Schwarz halt entsprechend von Colorfab. Finde ich, ist super geil rausgekommen. Und dann hier vorne diesen weißen Diffusor habe ich in dem E-Sun Cold White PLA Plus gedruckt. Also in dem etwas hochwertigeren PLA, was wir auch hier auf Lager haben. Den Link dazu packe ich euch für beide Filamente unten in die Videobeschreibung rein. Und habe mir einfach eine stinknormale RGB-Lichterkette mit einer Fernbedienung besorgt. Und die habe ich dann quasi hier drin entsprechend verbaut. Ganz normale Molex Microfit-Stecker dran gepackt, damit ich das hier durch das Löchlein. Und mir ist eigentlich nichts zu tun. Das Zeug hält. Rückseite abmachen und Kleber drauf packen. Und natürlich habe ich den Diffusor mit dem allseits beliebten PLA-Kleber gepackt. Da wird es fokussiert. Genau. Wer den noch nicht kennt, bei uns in der Box war er jetzt letztens drin. Den wird es auch bald im Regal geben. Ganz normal zum Kaufen. Wann kann ich noch nicht sagen, weil das jetzt gerade erstmal in der Erprobungsphase ist. Die Leute, die bei uns die Box abonniert hatten, werden den in der Box haben. Die ist es gestern und heute sind die versandt worden. Und des Weiteren die aktuellen Bestellungen, die eingegangen sind. Die werden auch noch, ich glaube 10, 11 Stück werden davon eins kriegen. Mehr haben wir aber leider nicht bekommen. Das ist in Kooperation mit einem befreundeten Hersteller. Und ich muss sagen, das Zeug hält echt geil. Da hinten seht ihr einen Iron Man. Damit habe ich quasi ein bisschen ABS bestrichen. So ein Filamentstück. Das könnt ihr ja noch im Video von Dienstag sehen. Ein Stück ABS-Filament in 3,3 Millimeter Durchmesser und habe das dann reingesteckt in das PLA. Das hat sowohl das ABS als auch das PLA angefangen anzufressen und hat sich dann wirklich mit den Materialien verbunden. Super geil. Genau, dadurch hält der jetzt echt wie Bombe und ist echt wie zementiert und wackelt kein bisschen mehr. Vorher hatte ich einen Polypropylenstab drin gehabt. Der hat dann nicht so gut geholfen und hat das Ganze immer so ein bisschen gewackelt, wo ich so gedacht habe, jetzt ist echt bombenfest. Genau. Und genau mit dem gleichen Kleber habe ich hier den Diffuser reingepackt. Einfach so am Rand rumgestrichen und in der Mitte noch die kleinen Punkte hier, da und da und da nochmal ein bisschen angefixt. Und das Zeug hält. Hat jetzt einfach so lose, einfach durch die Schwerkraft eine halbe Stunde da gelegen und schon war es fest. Ist echt Bombe, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Ja. Ansonsten, was hat das Ganze jetzt gekostet? Summa summarum glaube ich 25 Euro, wenn es hochkommt. Ist also jetzt nicht die Welt und kann ich wirklich jedem Streamer nur empfehlen. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ist echt schnell gedruckt. Hat jetzt insgesamt, naja, wenn man den Drucker auf 160% hoch tweakt wie ich. Also ich habe die erste Schicht mit, lasst mich überlegen, 35 mm pro Sekunde gedruckt und den Rest dann auf 160, 180 mm pro Sekunde, äh 180% hoch gedreht. Da hat das Ganze drei, vier Stunden pro Seite, also vor der Rückseite und noch bei der Diffuser eine Stunde, dann bist du bei neun Stunden. Also guten Arbeitstag, sagen wir es mal so. Ist das Ding fertig, habe ich auch an einem Tag gedruckt bekommen, ist es also nicht die Welt. Und sieht echt schick aus. Vor allen Dingen durch das Pattern, durch die strukturierte Platte hier vorne vom Bruiser. Passt auf dem Mini drauf, ist auch nicht zu verachten. Also ich konnte das Ding echt auf dem Mini drauf klatschen und konnte ihn einfach währenddessen laufen lassen. Der hat das rausgenudelt wie nix. Und, ja, gefällt mir. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Ich gehe jetzt eine Runde ins Kino. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes, erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Happy Printing. Wir sehen uns nächste Woche wieder.